3. Mai 1583, Heiliges Römisches Reich Der verschlafene Ort Beselig in Pammern wird von einem Amoklauf aufgewählt. Ein Mann tötet seinen Vater mit einer Axt und zündet den Dorf an. Das Feuer ist schuld. 41 Menschen sterben. Der Täter wird hingerichtet. Die Leute fragen sich, warum dieser Mann von einem respektierten Dorfmitglied zu einem herumwütenden Massenmörder wurde. In den noch schmauchenden Ruinen seines Hauses findet sich dann ein entscheidender Fund. Ein Schachbrett? 2. Millions Grove